Hallo und herzlich Willkommen, heute nach überwundernder Krankheit wieder die erste Buchrezension. Heute geht es um die 50 Schlüsselideen Biologie von Jay Chamarie und Monika Niehaus-Osterlose. Jay Chamarie ist nicht irgendein Biologe, sondern einer der neuen jungen Generationen, die die Biologie mit Passion betreiben und ein echtes Interesse daran haben, andere Menschen mit dieser Leidenschaft anzustecken und die fähig sind weg vom hölzernen Lehrbuchdenken neue Wege zu beschreiten. Und genau das hat Jay Chamarie auch getan. Dieses Buch liest sich anders als jedes Buch was über die Biologie ich persönlich jemals zur Hand genommen habe. Es liest sich nicht als ein Sammelsurium von Definitionen, sondern versucht in der Tat Wissen zu vermitteln und den durchschnittlichen Mitteleuropäern mit jedoch biologischer Grundausbildung an die Hand zu nehmen und ihnen die grundlegenden Konzepte zum Leben auf der Erde aufzuzeigen. Da beginnt allerdings eine grundsätzliche Problematik, die ich mit der Grundeinstellung des Autors habe. Für ihn gibt es Leben und Nichtleben auf dem Planeten Erde. Das erkennt man daran, dass er unter anderem sagt, Leben hat einen Behälter, welcher dann natürlich nicht lebendig ist und nicht zum Leben zählt. Die Physik hat uns allerdings gezeigt, dass quasi alles, 99,9% auch der von außen als unbelebt wahrgenommene Stein oder der Behälter alles aus Energie besteht und Energie ist nach meiner Auffassung Leben und von daher muss man beim Lesen des Buches in der Tat etwas zurückswitchen und die Unterteilung der Welt in lebendiges und in nicht lebendiges gedanklich zulassen. Sonst wird man nicht viel Freude am Lesen des Buches haben, das muss man bewusst ausblenden. Positive anzumerken ist, dass der Autor jedoch von Anfang an auch auf die Verbundenheit allen Lebens eingeht und diese auch herausstellt. Das Buch ist generell nicht als Lehrbuch zu betrachten, sondern eher als Abriss der aktuellen Schlüsselthemen und auch der Ansicht des Autors. Hier wird auch nicht danach gestrebt einen Konsens der verschiedenen wissenschaftlichen Meinungen zu transportieren, sondern wirklich die des Autors. Das ist interessant allemal, aber man entdeckt sich zusehends Kritikpunkte an den Konzepten des Autors zu finden und fühlt sich dann damit so ein bisschen alleingelassen. Der Autor kritisiert viele Konzepte seiner Kollegen in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart und beschreibt oft warum etwas nicht so funktionieren kann wie es ein anderer dargestellt hat, ohne dann immer selber ein Konzept vorzulegen was die Problematik besser greift. Positiv anzumerken sind viele interessante Zahlen die sich in meinen Hörn eingebrannt haben, wie dass wir im Durchschnitt 40 Gen-Mutationen unserer Eltern erben, was gemessen an den durchaus drastischen Auswirkungen einer Mutation und deren Replikation in unserem Körper schon sehr massiv erscheint. Auch führt Jay Chammery bei sehr vielen Themen einen geschichtlichen Abriss hinzu, da das Grundverständnis für eine Problematik auch aufgrund der begannenden Fehler in der Vergangenheit stark erhöht. Wie gesagt Fehler und falsche Annahmen füllen das Buch nicht unerheblich, das ist aber durchaus bemerkenswert und spiegelt auch die sehr individuelle Art des Schreibens wider. Aber wir lernen auch sehr gut aus Fehlern, weil wir dann eben eine andere Sichtweise bedienen. Und ich habe auch in der Tat das Gefühl dass einerseits ich zwar emotional nicht so gut finde dass sehr viele Fehler erwähnt wurden und wie es nicht funktioniert hat, andererseits habe ich das Gefühl dass ich das Wissen durch das Buch besser aufgenommen habe. Also ich bin ein richtiger Fan von der Schreibweise von Jay Chammery gewesen. Ansonsten ein weiterer Kritikpunkt, das ist das Betrachten des Altruismus, welches für den Autor und die entsprechend zitierten Bücher und Meinung anderer Menschen lediglich eine auf einer Kosten-Nutzen-Rechnung basierter Verhaltensansatz ist und inkludiert das Denken oder zumindest das intuitive Abwägen hinsichtlich eines Vorteils. Es ist natürlich ein hoher Anspruch an einen Wissenschaftler sich über das Denken hinaus zu erheben und auch außerhalb seiner Disziplin zu agieren und der Empirie und der Erfahrung tausende Menschen Tribut zu zollen. Aber da dieses Buch sich eben durchaus modern und so etwas avantgardistisch liest hatte ich irgendwie das Gefühl diesen Anspruch auch geltend zu machen. Denn Altruismus, die Selbstlosigkeit ist das Ja zum Leben und zwar zum universellen Leben. Denn Leben ist eben nicht abgegrenzt und es gibt eben nicht das Leben der Schlange und das Leben des Menschen, sondern es hängt alles zusammen und Altruismus ist nichts anderes als dass man die gesamten Nutzenfunktionen des Lebens maximiert und damit nicht selbstlos agiert, da das selbst eine Teilmenge des Lebens ist. Aber bei diesen Themen stößt der Autor klar an seine Grenzen und das Buch bleibt ein Fachbuch auch der Biologie mit seinen entsprechenden fachlichen Beschränkungen. Aber innerhalb der Biologie geht Jay Chammery auf viele interessante Aspekte in Essayformen ein, wie die Innere Uhr des Menschen, die Homöostase und die Epigenetik und sehr viele Themen, die allesamt losgelöst von den anderen Kapiteln gelesen und verstanden werden können. Noch einmal, es ist ein biologisches Grundverständnis oder zumindest der Wille sich in diverse Grundzusammenhänge vorher einzulesen auch vonnöten, um die Neuartigkeit und die Spritzigkeit des Autors zu würdigen. Denn hier hat man wirklich auf 200 Seiten ein kompaktes mit Informationen gefülltes modernes biologisches Büchlein, was man auch für ein schnelles 10minütiges Stöbern zur Hand nehmen kann. Und das alles für 16,99€ aktueller Preis. Für mich, für den biologisch interessierten Menschen, der auch wirklich im Rahmen der Wissenschaft der Biologie grundlegende Konzepte auf eine moderne unterhaltsame Art dargebracht haben möchte, eine ganz klare Kaufempfehlung. Für denjenigen, der gerne fachübergreifend denkt und auch über einen ganzheitlicheren Ansatz in die Wissenschaft kommt, der könnte an der ein oder anderen Stelle so etwas wie Begrenztheit spüren und mitunter auch den Eindruck haben, dass der Autor lieber kritisiert als selber Wissen generiert. Aber solide 4 Sterne gibt's von mir für 50 Schlüsselideen Biologie. Ich wünsche Euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Macht's gut Euer Christian. Bis zum nächsten Mal. Ciao.